Die Show ist schon okay. Wir sind stolz drauf, was wir so alles mitbringen und über die Show rede ich nicht so gerne, die sollte man sich einfach angucken. Es ist so wie mit Sex-Szenen im Film, wenn man die so anguckt, ist mir nicht so angenehm, aber selber machen ist schon was anderes. Also die Sympathie, die uns so entgegengebracht wird, die überfordert uns stellenweise schon, dass praktisch wir finden unsere Lieder schon gut und so, aber so gut und auch wieder nicht, dass so viele Leute kommen. Also manchmal verstehe ich es nicht. Und dann müsst ihr jetzt eher mal die Fans fragen, weil ich habe Rammstein noch nie gesehen. Ich vermisse so ein bisschen die Originalität heutzutage. War lange nichts mehr, wo man sagen konnte, wow, das haut nicht echt um. Aber die letzte Gute, fand ich jetzt musikalisch, war Slipknot. Es interessiert mich eigentlich nicht, wo Platz für Rock'n'Roll ist, sondern wir denken, dass es immer Musik geben wird, womit die Kinder ihre Eltern ärgern können. Das ist wichtig. So wie alle Kinder auf der Welt. Sie suchen sich irgendeine Band aus, wo die Eltern sagen, mach das mal leise oder was ist denn das, das ist doch keine Musik. Und dann freuen sie sich.